Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht, und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündet, schon angezündet. Seit Anbeginn der Menschheit ist Salz ihr ständiger Begleiter. Gemeint ist das Speise-, Koch- oder Steinsalz, chemisch Natriumchlorid genannt. Da es für den Menschen lebensnotwendig ist, wurden schon früh Techniken zur Gewinnung entwickelt. In kristalliner Form wurde Salz in ausgetrockneten Seen gefunden, in gelöster Form, der Sohle, konnte man es aus Quellen oder Brunnen schöpfen. Dort wurde es durch das Grundwasser aus einem im Untergrund vorhandenen Salzhorizont hochtransportiert. Der Sage nach verfolgte im 12. Jahrhundert ein Ritter von Steinberg, ihm gehörte das Land ringsum einen Hirsch bis ans Ufer der Lamme. Dort fand er nicht nur den Hirsch, sondern auch eine Quelle, doch statt der erhofften Erfrischung gab es Salzwasser. Eine Kostbarkeit. Er ließ Salzsieder kommen, die in den Wald rodeten, sich niederließen und mit dem Pfennerdorf die schon vorhandene Ortschaft Detford erweiterten. Um die Erträge zu steigern, wurde die Sohle in einer Pfanne erhitzt, der Kristallisationsprozess ging deutlich schneller. Wirtschaftlich unabhängig gründeten die Salzsieder im 13. Jahrhundert eine eigene Gilde, die Pfännergilde. Sie bauten das Salz nicht nur ab, sondern vertrieben es auch. Das Salz zur Detforde wurde ein Markenartikel, bis heute schlägt sich das im Namen Salz Detford nieder. Die Jahrhunderte vergingen und die Landesherrschaft wechselte im 16. Jahrhundert vom Hildesheimer Bischof auf die Welfen und 1866 auf die Preußen über. Das Holz wurde knapp, die wirtschaftliche Lage schwieriger. Die Gradierwerke wurden erfunden. Hier das Gradierwerk von 1903. Unter Bedachungen stehen Weißdornhecken, durch die das salzhaltige Wasser herabrieselt. Dabei verdunstet das Wasser. Das schont den Wald und ist kostengünstiger. Heute wird noch von der salzhaltigen Luft profitiert. Als Teil der Kurbetriebe können Kurgäste mit Atemwegsbeschwerden Inhalationen vornehmen. Gegen Gelenkerkrankungen wird mit Bädern vorgegangen. Erst um 1850 entschloss man sich, durch den höheren Salzbedarf tiefere Bohrungen zu versuchen, um das Salz im Rohzustand zu fördern. Ein erster Schacht wurde auf der Suche nach Kochsalz in Stassfurt abgetäuft. In größerer Tiefe fand man eine Lagerstätte mit einer Vielfalt an Salzarten, jedoch waren sie bitter und als Speisesalz nicht verwendbar. Sie wurden über Tage auf Halde gekippt. Sie enthielten die Mineralien Kalium und Magnesium, die nach Justus von Liebig dem Boden durch das Pflanzenwachstum entzogen werden. Führt man sie künstlich dem Boden zu, kann das Pflanzenwachstum beschleunigt werden. Das Kalidüngesalz war entdeckt. Es begründete eine neue Industrie. In Salzdetfurt trat dieses historische Ereignis 1893 ein. Die Aktiengesellschaft für Tiefbohrung und Bergbau zu Goslar als Betreiber äußerte sich enthusiastisch über das in einer Tiefe von 630 Metern gefundene, 17 Meter dicke Sylvinlager. Und so wurde drei Jahre später an dieser Stelle der Schacht 1 abgetäuft. Doch wie kam das Salz in die Erde? Dazu ist es notwendig, etwa 230 Millionen Jahre zurück in die Erdgeschichte zu gehen. Während der zweiten Hälfte der 30 Millionen Jahre dauernden Permzeit, genannt Zechstein und noch lange vor den Dinosauriern, herrschte in dieser Gegend überwiegend ein wüstenähnliches Klima, lag doch Europa am Äquator als Teil des Urkontinents Pangea. Diese Gegend war ein riesiges Binnenmeer. Durch sogenannte Bachen von der offenen See getrennt, wurde es nur sporadisch überflutet. Durch Verdunstung von Meerwasser erhöhte sich die Salzkonzentration, das Salz kristallisierte aus. Zunächst der Schwefelsaure Kalk, dann das Steinsalz und zuletzt Kalium- und Magnesiumhaltiges Salze. In einigen Regionen wiederholten sich diese Schichten. Auf diese Weise konnten bis zu 1000 Meter dicke Salzschichten entstehen, die überdeckt wurden durch Ton und andere Ablagerungen. Die Dicke dieses Deckgebirges betrug im thüringisch-hessischen Raum 400 bis 900 Meter. In Niedersachsen verschwand das Salz in Tiefen bis zu 5000 Metern. Dort ist es natürlich für den Bergmann nicht mehr zu erreichen. Doch das Salz blieb nicht flach liegen. Während der Kontinentaldrift in die heutige Lage, begann sich in der weiteren Geschichte die Erde zu stauchen und aufzufalten, so dass das plastisch verformbare Salz bis unter die Erdoberfläche gedrückt wurde. Da die Salzablagerungen nach oben durch eine Gipsschicht begrenzt wurden, konnten sie durch Wasser nicht angelöst werden. Der Querschnitt durch den Salztet vor der Salzstock zeigt die Gegebenheiten. Unter dem Deckgebirge liegen die verschiedenen, zwischen 25 Metern dicken, aufgefalteten Salzschichten, eingebettet in jüngere und ältere Steinsalzablagerungen, hier in verschiedenen Blautönen dargestellt. Das rot gefärbte, sogenannte Stassfurtlager und das gelbe Ronnenberglager sind die abbauwürdigen Schichten. Oben schließt der Salzspiegel mit dem Gipshut den Salzstock gegen das Deckgebirge wasserundurchlässig ab. Die obere Abbaugrenze liegt bei 550 Metern, also mit viel Sicherheitsabstand zu den wasserführenden Schichten, die unterste befindet sich in einer Tiefe von 950 Metern. Dazwischen befinden sich eine Reihe von Haupt- und Teilsohlen, die durch spiralförmig angelegte Wendeln miteinander verbunden sind. Die Verbindung nach oben bilden insgesamt drei Schächte, die jeweils unterschiedliche Hauptaufgaben hatten. Schacht 1, rechts am Waldrand, war der Hauptförderschacht. Hier wurde das geförderte Rohhalz nach oben transportiert und anschließend in der Fabrik zu diversen Verkaufsprodukten verarbeitet. Schacht 2, links am Waldrand, war hauptsächlich Wetterschacht. Ein Großventilator mit einer Leistung von 770 Kilowatt saugte über Tage pro Minute 20.000 Kubikmeter im Grubenbetrieb verbrauchte Luft nach oben. Die gleiche Menge an Frischluft kam so zwangsläufig in den anderen Schächten nach unten. Außerdem konnten hier Großmaschinen nach unten gebracht werden und die bei der Produktion entstehenden Rückstände wurden wieder unter Tage eingerieselt, um die entstandenen Hohlräume zu füllen. Schacht 3 war für die Seilfahrt eingerichtet. Man brachte die Belegschaft zum Arbeitsplatz und holte sie auch wieder ab. Neben Waschkauen gab es Büros und Versorgungseinrichtungen. Ersatzteile konnten nach unten transportiert werden und neben Dieselkraftstoff kam auch der Sprengstoff über diesen Weg unter Tage in zwei 35 Tonnen fassende Silos. Die Fortbewegung der Belegschaft erfolgt mit dieselangetriebenen Fahrzeugen, die natürlich auch mal betankt oder repariert werden müssen. Dies geschieht in der untertägigen Werkstatt, ein paar hundert Meter unter der Erdoberfläche. Vor der Hacke ist es duster, sagt der Bergmann. Und recht hat er. Um festzustellen, wo ergiebige Lagerstätten zu finden sind, wird mit der Kernbohrmaschine bis zu 1000 Meter in Höfige also hoffnungsvolle Richtung gebohrt. Der entnommene Kern wird von Geologen untersucht. Daraus ergibt sich ein geologisches Bild. Der Abbau wird in die entsprechende Richtung vorangetrieben. Dieses geschieht durch Bohrung und Sprengung. Das Bohrschema wird als Dia auf das Gestein projiziert und Markierungen für die Bohrungen angebracht. Die drei großen Bohrlöcher in der Mitte werden durch einen Spezialwagen gebohrt, vorgesehen als Ausweichöffnungen, da sich das Salz bei der Sprengung ausdehnt. Das dauert pro Loch ca. 20 Minuten. Für die darum angeordneten 19 Sprengstoffbohrlöcher gibt es einen weiteren Bohrwagen. Alle Löcher sind 7 Meter tief und liegen parallel nebeneinander. Auf diese Weise können pro Schicht etwa 600 Meter gebohrt werden. Der schwer entzündbare Sprengstoff-Andex wird in die kleinen Löcher eingeblasen. Dazu ist das Sprengstofffahrzeug mit einem Behälter für 1500 Kilogramm ausgerüstet. Jedes Bohrloch wird mit einem elektrischen Zünder versehen, der zuerst einen anderen, etwas stärkeren Sprengstoff zündet, um in einer genau bestimmten Reihenfolge um die drei mittleren Bohrlöcher herum die eigentliche Sprengung vorzunehmen. Natürlich wurde der Sprengstoff auch unterirdisch aufbewahrt. Einmal pro Woche angeliefert, wurde er aufbereitet und durch Fallleitungen nach unten gelassen, um anschließend in die Sprengstofffahrzeuge gefüllt zu werden. Die in Bad Salz-Dedfurt verwandte Methode des Abbaus ist der Strassenbau. Der Abbau wird vorbereitet durch zwei etwa 10 bis 20 Meter übereinander liegende Hauptsohlen im Kaliflöts, die im Nebengestein durch eine wendelartige Fahrbahn miteinander verbunden sind. Diese Abbauscheibe kann nun durch Sprengung und Abfuhr gewonnen werden. Senkrecht gebohrte Löcher werden mit Andex gefüllt und nach Anbringen der Zünder erfolgt die Sprengung. In Bad Salz-Dedfurt wurde jeweils nur zu Schichtende mittags um halb zwei und abends diese Arbeit getan. Wenn also um halb zehn das Geschirr im Schrank klapperte, brauchte niemand auf die Uhr zu sehen. Nach der Nachtschicht um 5.30 Uhr erfolgte keine Sprengung, fühlten sich doch die Langschläfer durch das deutlich hörbare Detonationsgegrummel belästigt. Hat sich der Staub verzogen, liegt das lose Haufwerk auf der unteren Teilsohle und kann abtransportiert werden. Doch vorher muss erst die Decke, Bergmännisch-Firsting genannt, befestigt werden. Durch spezielle Fahrzeuge werden lose Gesteinsbrocken hydraulisch abgeschlagen und durch eine Fräsmaschine weiter ausgeschliffen. Bei kritischen Deckenverhältnissen werden tiefe Löcher in die Decke gebohrt und Schwerlastanker mit einer Tragkraft bis zu 16 Tonnen eingeschraubt. Damit sich die Fahrzeuge problemlos bewegen können, muss die Straße asphaltiert werden. Natürlich in diesem Falle nicht mit Asphalt, sondern mit Salz, das gleichmäßig verteilt und verdichtet, anschließend mit Wasser angelöst, zu einer ebenen und stabilen Fahrdecke wird. Jetzt kann abtransportiert werden. Mit jeder Fahrt schafft so ein Radlader 5 bis 12 Tonnen. Der weitere Transport des Rohsalzes erfolgt über sogenannte Rolllöcher. Dazu wird von unten, dem Bestimmungsort, ein kleines Loch nach oben zum Abbaugebiet gebohrt, das dann mit der Ringschremmmaschine auf 1 Meter Durchmesser vergrößert wird. Durch dieses Loch geworfen, kann das Salz zum Weitertransport und unverwertbare Gesteine direkt zur Verfüllung geleitet werden. Das Rohsalz wird auf der 900 Meter Sohle von auf Schienen laufenden Wagen aufgenommen, die es als Zugverband zu einem Bunker transportieren. Die zwei in diesem Bergwerk befindlichen Züge konnten so 3000 bis 3500 Tonnen Kali-Rohsalz je Schicht in den Bunker entleeren. Dort wird es auf maximal 100 Millimeter Kantenlänge verkleinert und auf einem Förderband zum Hauptbunker auf der 774 Meter Sohle in unmittelbarer Nähe von Hauptförderschacht 1 transportiert. Aus diesem Bunker mit 40.000 Tonnen Fassungsvermögen kann vollautomatisiert mit zwei Pendelgefäßen so viel Rohsalz nach über Tage transportiert werden, dass die Fabrik über 24 Stunden an sieben Tagen die Woche durchgehend produzieren kann. In der Fabrik wird das Rohsalz in die für den Verkauf interessanten Komponenten zerlegt. Das Kaliumchlorid wird konzentriert, kristallisiert und als Dünger vorwiegend in den Export verkauft. Als Abfall ergab sich Magnesiumchlorid, aus dem in Norwegen durch Elektrolyse Magnesium für die Leichtmetallproduktion gewonnen wurde. Hier fand es in den Zuckerfabriken zur Erhöhung der Zuckerausbeute Verwendung. Ebenfalls fiel hochprozentiges Brom an, wichtig für die Farben- und Kunststoffherstellung. Natürlich entstehen auch nichtverwertbare Rückstände. Neben Kaliumchlorid mit 21% und Magnesiumchlorid mit 23% sind das 56% unverwertbares Material. Dieses wird wieder unter Tage in die entstandenen Hohlräume eingerieselt und über Förderbänder und Rolllöcher in die leer stehenden Abbau-Hohlräume eingebracht. Mit Planierrauben einplaniert ergab sich so ein vollabstützender Versatz, der auch gesetzlich vorgeschrieben ist. Zusammen ergibt sich ein Volumen, das den unter Tage entstandenen Hohlraum fast wieder ausfüllt. Kein sichtbarer Rest ist übrig geblieben. Daher gibt es in Bad Salzdetfurt auch keine Halde, wie sie bei anderen Kaliwerken auffällt. Im Ortsbild von Bad Salzdetfurt weist natürlich auch nach dem Ende des Abbaus 1992 noch viel auf den Bergbau hin, wenn auch überwiegend in dekorativer Funktion. Die Fabrikgebäude dienen schon anderen Zwecken. Wohn-, Verwaltungs- und Betriebsgebäude erinnern in ihrem Baustil an die Gründungszeit um 1900. Seilscheibe und Förderkübel sind im Kurpark zu sehen und an den Ortseingängen und anderen Punkten stehen die Förderwagen, jetzt umfunktioniert als Blumenvasen. Sie bringen damit in Erinnerung, dass ohne das Salz der Ort vor 800 Jahren nicht gegründet worden wäre. Das schöne Bad Salzdetfurt gäbe es einfach nicht. Die Fördertürme werden irgendwann verschwinden. Der Solzmann blickt als Symbol zum ehemaligen Kaliwerksgelände. Das mit viel Akribie von traditionsbewussten Bergleuten aufgebaute Bergbaumuseum 's gibt Interessierten jede Möglichkeit, sich nicht nur allein über den Kalibergbau zu informieren. Wer mehr über den Kalibergbau wissen möchte, findet eine ausführliche Broschüre. Auch vom Salinenbetrieb gibt es reichlich Informationen, sowie eine reichhaltige Mineraliensammlung und viel Material über die Geschichte der Stadt. Einzig der Kurbetrieb ist noch voll aktiv. Solebad, Gradierwerke, Kurhaus und Kurpark stehen weiterhin im Dienste des Gesundheitswesens. Zwei Rehabilitationskliniken sind nicht ohne Grund hier in Bad Salzdetfurt gebaut worden. Die Bergleute kann man hin und wieder bei festlichen Anlässen in der traditionellen Tracht sehen. Zusammengehalten im Bergmannsverein und zusammengeschweißt durch die besondere Arbeit unserer Tage. Was bleibt, ist die Erinnerung an diese Arbeit. In diesem Sinne wünschen wir viel Spaß im Museum und verabschieden uns mit dem uralten, aktuellen Gruß Glück auf! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!